Jakuras ist nicht mehr. Diese Welt ist in die ewige Nacht eingegangen. Doch die Traditionen, die wir dort prägten, werden wir uns bewahren. Besteht darauf noch Hoffnung, Matriarchin? Mehr als ihr ahnt. Was wisst ihr über den Pfad der Schatten, Nathanas? Nur wenig. Euer Volk weiht nur selten Außenstehende in seine Bräuche ein. Er ist unser allerheiligster Übergangsritus. Die Initianten sind auf sich allein gestellt. Angehörige ihres Stammes attackieren sie aus den Schatten. Wenn sie standhalten, werden sie Schattenjäger. Vollwertige dunkle Templer. Warum erzählt ihr mir das? Auch ihr wart auf euch allein gestellt. Wie ein dunkler Templer standet ihr einer Überzahl Feinden gegenüber und riskiertet euer Leben, um das andere zu retten. Ihr habt den Pfad der Schatten beschritten. So wie wir es tun, Nathanas. Ihr habt die Kala verloren. Ihr seid nun ein dunkler Tasi. Sie haben tapfer an unserer Seite gekämpft. Selbst als es um die Zerstörung ihrer Welt ging. Warum? Ihre wahre Heimat war immer Ayur. Sie haben weder ihre Herkunft noch das große Opfer jemals vergessen, das sie einst vor dem Untergang bewahrte. Ihr sprecht von Ardun. Und so sprach Judikator Cention. Ardun jedoch verschonte die abtrünnigen Stämme, die sich da nennen die dunklen Templer. Wir sahen den Ausbruch des Zählichtsterns. In diesem Augenblick des Verrats übergab Ardun die Ketzer und sich selbst im Schicksal. Er reinigte Ayur von ihrem Markel, doch er schenkte ihnen das Leben. Verrat? Ardun entschied sich gegen das Blutvergießen und ließ Barmherzigkeit walten. Er handelte edelmütig, Bewahrerin. Tatsächlich? Ich sehe die Geschichte mit den Augen derjenigen, die sie erlebten, Ardunis. Vielleicht seid ihr deshalb so blind für alles, was vor euch liegt. Die Lehren der Geschichte erschließen sich uns nur, wenn wir sie rückblickend betrachten, ihre Auswirkungen erkennen. Als Bewahrerin erfahre ich Geschichte stets unmittelbar. So wie diejenigen, die in diesem Moment dabei waren, sie erlebten. Vielleicht sollte ich versuchen, mich auf eure Sichtweise einzulassen. Glacius, das Innere dieser Anlage beherbergt die mächtigste Waffe des Imperiums. Hier wurde das Richterprogramm entwickelt. Richter? Die verbotene Waffe? Die Konglave ordnete ihre Verwahrung an, für alle Ewigkeit. Die ursprünglichen Richter befinden sich nicht hier, Bewahrerin. Sie sind noch immer unter Verschluss. Hier auf Glacius entwickelten unsere Forscher den Prototyp einer Waffe, basierend auf dieser uralten Technologie. Ihr erhebt euch über eure Kaste, Kalei. Das ist Ketzerei. Amons Übermacht ist zu groß. Wir stehen vor der Vernichtung. Wenn uns diese Waffe hilft, werden wir sie einsetzen. Die Tal'Darim sind hier. Sie greifen die Anlage an. Amon schickt seine Scherden. Macht unsere Krieger bereit. Die Tal'Darim. Seit der Ära des Zwists, bevor die Protos durch das Licht der Kala vereinigt wurden, hat man sie nicht mehr gesehen. Ich fürchte, sie sind vor einiger Zeit zurückgekehrt, Ruhana. Wir hielten sie jahrelang für fanatische Diener der Xenaga. Doch in Wahrheit hatten sie sich Amon verschrieben. Weshalb würde ein lebendes Wesen freiwillig Amon dienen? Das ist unklar. Die Tal'Darim nennen sich selbst die Auserwählten. Wofür Amon sie auserwählt hat, wissen wir nicht. Sie sind gefährliche Gegner, die halfen Hybriden zu erschaffen und Blut im Namen unseres großen Feindes zu vergießen. Protos bekriegen Protos. Die Da-E-Un verlangt Vergeltung für einen solchen Frevel. Sie müssen vernichtet werden. Wenn dies ihr Schicksal ist, so sei es. Die Richterwaffen, die hier entwickelt wurden, könnten sich für unser Arsenal als wertvoll erweisen. Das ist meine Hoffnung. Doch könnten sich Ruhanas Befürchtungen bewahrheiten? Die Kalayov Glacius haben die Technologie an Prototypen bereits erfolgreich getestet. Diese Versuchsobjekte sollen sich in nichts von den Templern unterscheiden, denen sie nachempfunden sind. Eine Begleiterscheinung prognostischer Quantum-Analysen. Sie sind und bleiben Maschinen. Messt ihnen nicht so viel Gewicht bei Carax. Auch wir sind Maschinen biologischer Art. Oft staune ich über die Architektur, die Gestaltung, den sorgfältigen Aufbau unserer Form und unseres Innenlebens. Genauso wie wir die ersten Richter erschufen, erschufen die Xel-Nager auch uns. Hierarch, die Taldarim, setzen den Phasenverschiebungsstrahl ihres Mutterschiffs bereits gegen die orbitalen Verteidigungssysteme von Glacius ein. Ich bin der erste Aspirant aller Reihen. Ich wurde beauftragt, diese Anlage zu zerstören. Falls ihr das Technologiegebilde sucht, dann kommt ihr zu spät. Es wird zusammen mit dem Rest dieser kümmerlichen Welt vernichtet werden. Nutzt die verbleibende Zeit und verlasst dieses System. Oder verweilt uns nicht mit an, wie eure Streitkräfte zu Asche verbrennen. Hier ist es Heimerlein. Das ist so nicht ganz korrekt. Wenn wir sofort beginnen, sind unsere Truppen möglicherweise schneller als der Phasenverschiebungsstrahl. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Der Strahl nähert sich dem Gewölbe. Wir müssen es erreichen, bevor es zerstört wird. Der Strahl nähert sich. Ich orte eine große Streitmacht der Thaldarien, die sich außerhalb unseres Nexus-Punktes sammelt. Wir müssen uns auf einen Angriff einstellen. Wartet! Diese Protektoren wurden zurückgelassen. Lasst mich sie aktivieren. Sie sind sehr effektiv darin, Schilde von nahen Kriegern wiederherzustellen. Und fertig. Unsere Tore sollten nun so kalibriert sein, dass wir auch sie warpen können. Schilde von nahen Kriegern wiederherzustellen. Suspense! Schilde von nahen Kriegern! Schilde von nahen Kriegern! Entweder sind es sister, nicht aus dem Kriegern, Wirkliche von noch. Schilde von nahe Kriegs sind. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ich bin hier in den Schatten. 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 Upgrade durchgeführt. Ich bin hier in den Schatten. 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 Was zieht mir? Alles, wie ihr wünscht. Nun gut. Alarax Krieger haben hier einen großen Stützpunkt errichtet. Templer, zieht euch zurück. Wir haben nicht die Zeit, uns mit dieser Basis herumzuschlagen. Der Raku, ganz wie ihr fandst, nun gut. Wie ihr befehlt, Feuer. Was zieht, sehr reißt. Der Raku, ganz wie ihr fandst. Der Raku, ganz wie ihr hebt, ist die Wie ihr befehlt, vorerst, im Namen der Rache, faszinierend, die Rache, die Rache, faszinierend, die Rache, faszinierend, die Rache, faszinierend, die Rache, faszinierend, Aktiviere Protektoren in der Nähe. Vorerst, ich bin das Herz. Die Rache, faszinierend, 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 Der Akku. Ganz wie ihr wünscht. Wie ihr befehlt. Hebe Stasis der Protektoren auf. Was ist euer Begehr? Was zählt? Hierach, die Flotte der Taldarim hat sich in Bewegung gesetzt. Ich orte mehrere Transport-Signaturen, die sich auf dem Weg zur Anlage befinden. Rob Rismin. Sehr gerissen. Alarak aktiviert die alten Verteidigungssysteme der Anlage und setzt sie gegen uns ein. Faszinierend. Ganz wie ihr wünscht. Der Akku. Der Akku. Der Akku. Der Akku. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Ganz wie ihr wünscht. Wir haben eine weitere Solarii-Probe erhalten. Im Namen der Akku. 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 Die Leiden verbaut der Haku. Der passiert. Die Rückkehr. Was zu leben. Die Leiden verbaut. The Leiden! Ich bin ihr. Wie ihr befehlt! Der Haku... Im Namen der Hache, faszinierend, wie ihr befehlt vorher. Ganz wie ihr wünscht, ich bin hier in den Schatten, ich bin hier in den Schatten, ich bin hier in den Schatten. Wir bleiben im Verborgenen. Lasst unsere Feinde unsere Wut spüren. Wir bleiben im Verborgenen. Wir bleiben im Verborgenen. Kalt ist die Leere. Ganz wie ihr wünscht, wie ihr befehlt vorerst. Sehr weise im Namen der Hache. Die Leere. Faszinierend. Sehr weise, ganz wie ihr wünscht, Beraku, wie ihr befehlt vorerst. Wir bleiben im Verborgenen. Faszinierend. Wir haben alle Proben des rohen Solarids gesammelt. Sie sind noch immer in einem hervorragenden Zustand. Ihr solltet sie euch anschauen. Ich verschaffe uns Zugang. Arbeitet rasch, Fasenschmied. Richtet den Disruptor auf ihre Position aus. Lasst sie brennen. Ich habe seine Koordinaten. Container wird jetzt an Bord gewarpt. Ihr seid nicht so schwach, wie es in Anchenern, Artanis. Wir werden uns wiedersehen. Die Richterwaffentechnologie ist sicher an Bord der Speer des Adun verstaut. Wartet, sie umfasst auch einen Kriegerprototyp. Ich muss das näher untersuchen. Die Richterwaffentechnologie Die Richterwaffentechnologie Die Richterwaffentechnologie